Ja Leute, hallo, willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich weiß nicht, wie lange das Video gehen wird, eigentlich ganz kurz, es ist ja nicht viel zu erzählen. Ja, es geht halt darum, ich wurde schon gefragt, was jetzt eigentlich mit Jim Hedness ist, alias Mario, warum da jetzt keine Videos mehr kommen. Das liegt daran, dass er momentan sehr viel zu tun hat, arbeitstechnisch. Also sprich, er hat halt momentan wenig Zeit. Und dadurch, ich denke mal, das wissen viele, er tut ja durch YouTube auch ein bisschen Geld verdienen. Und ab dem 1.11., das habe ich übrigens auch, ich habe die Nachricht bekommen, obwohl ich kein Geld damit verdiene, als YouTube-Creator, also wenn man mit YouTube Geld verdient, musste man jetzt ab dem 1.11. eine Zwei-Autodifizierung machen. Das hat er wohl laut seinen Aussagen nicht gemacht oder hat sich nicht so wirklich darum gekümmert. Und jetzt kommt er momentan nicht auf seinen Kanal rein, also er kann sich nicht so wirklich anmelden. Ja, deshalb kommt halt momentan wenig von ihm. Ich wollte es euch nur kurz sagen, ich hätte es auch unter den Kontan schreiben können, nur habe ich, ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Lust, das ständig unter seinen Videos zu gucken, wie in den Kommentaren, dann unter meinen Videos nochmal zu kommentieren, dann wieder bei ihm, dann wieder bei mir. Das Video ist jetzt dazu da, um zu erklären, warum, weshalb, wie gesagt, zeitlich und halt wegen der Autodifizierung. Daran liegt es, laut seinen Aussagen, ich habe ja gestern mit ihm telefoniert, ich hätte ja gesagt, ich kann es euch beweisen, nur ich bin nicht so ein Arschloch, wenn da was ist, das ist privat, wir haben privat telefoniert, ein bisschen privat geredet. Unter anderem habe ich ihn ja gefragt, ob ich dazu was machen kann, oder geschweinert, er hat ja gesagt, ich kann dazu was machen, ich habe aber gesagt, ich mache das als Video. Ja. So, dann wisst ihr jetzt Bescheid, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ciao.